Hey Leute, könnt ihr manchmal nachts auch nicht schlafen? Oder braucht ihr einfach nur jemanden, der euch in den Schlaf wiegt? Mit Worten meine ich. Oder mit Geräuschen. Also wir haben da wirklich was Tolles für uns gefunden. Eine Klangreise im Kopf. Wir erinnern uns an einen schönen, ruhigen Ort, an dem alles total entspannt war. Wenn wir dann in Tinas Zimmer in unseren Betten liegen und unsere Klangreise machen, schlafen wir ziemlich schnell ein. Oder, Tina? Ganz genau, Bibi. Besonders entspannt war unser letzter Ausritt durch den Falkensteiner Forst. Erinnerst du dich? Ja klar. Direkt nach unserem Wettreiten. Da gab es das ruhige Schnauben und die langsamen Huftritte der Pferde. Das Rauschen der Blätter der alten Eiche. Die Vögel des Sommers und das Plätschern des Mühlenbachs. Und an der alten Mühle haben wir uns auf unsere weiche Decke gelegt und den Pferden beim Grasen zugehört. Und dem warmen Sommerwind in den Bäumen. Ja, das war toll. Wollt ihr auch mal lauschen? Viel Spaß und gute Entspannung. Okay. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.